so machen wir weiter und wie es schon kennt mache ich immer neben aufnahmen oder während des live streams denn ja ich habe gestern man erst anbrennen lassen chicharron ach so 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 you want to humiliate the army all by yourself okay you're never satisfied how do you she's a oh 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 könnte da ein kinder geistes sein charon aber ich habe kein bock und das tun aber egal genau dazwischen also dadurch nur zwei drei teile mission dann haben wir wieder ein amigo der wie eine straßenratte auf die straße scheiß ach nee das hat man taube ich hab mal hier war es ist das ich überlege auch noch ich glaube in dem gebiet ist auch wenn man das mit den 200 m rutschen kann sollte halt die fressi dein gespräch ist genauso und unnötig werden aussehen kollegas wenn wenn denn aber da glaube ich runterrutschen auf 200 m oh nein ja hier sollte man nicht runterrutschen oh hier hier jetzt einfach alles weg hier 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 da ha hier ja das machen dann Hallo, Chicharron! Ich bin Dani. Du bist ein starker Typ, wie ich sehe. Und ich bin ein großer Fan von schmuckern. Na du Vogel! Na du Vogel! Ich kann nicht sagen, ob ich einen Chicharons habe, oder ob ich meine habe. Ich habe mich nicht so gemacht. Das war's für heute. Die Fans sind tot. Chicharron überlebt. Er hat sie entfernt. Ich habe noch nie gesehen, dass es so etwas wie es ist. Als Soldatoblox touched Chicharron's beak, he all never was the same. Aber jetzt, ich glaube, dass er ein Companion hat, die er auf seine Reise für Juste wird. Protection? Es f***ing terrifying. Paint his name on the Water Tower. Let all who come know and fear the name Chicharron. Oh, sicher. Wollt ihr uns zurück auf der Farm? Welcome to you. Chicharron's blood loss for just this has only just begun. So haben sie jetzt wieder einmal komplett rumlaufen. Ach! Verunstellung! Chicharron! Alles fit? All right, Chicharrón, lead the way. 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 Chicharrón, hang on! Gugn yo! Da guckst du, va? Vamo schon. All right, Chicharrón. Wie war mein Tag? Well, I followed a bloodthirsty rooster in the combat after he blew up a truck, you too? Let's go, chicken! . . Vielen Dank. 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 Chicharron is fine. Vielen Dank. All right. Chicharron is... Ich bin Terrorist. Okay. Ich bin Terrorist. ... 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 zum beispiel schon ein gesammelt was bräuchte 200 mitteilen das glas brauche ich nicht ich weiß nicht ob das wo ich angezeigt wird oder nicht herausforderung erobern sie zwei fmd basen so hab ich gemacht der sprengende kontrollpunkt nimmt einen kontrollpunkt ein getätigt so was finden wir denn noch machierten regen führe 50 millionen trupp von oben machierten keller aus einen teil um einen preis zu nehmen muss ich nur einen machen dann kriege ich 350 xp dann halt ein dominos spiel gewinnen 25 xp und sprüchen und dann halt natürlicher verkehrsunfall führe zwei fahrzeug machierten keller aus 200 meter und 25 points auf da im als im die w w Amigos! Wir machen die Mission ab. Wir machen mal die Mission ab. Okay, das bist einmal du und... Das ist einmal die Mission pur ist schon da hinten rüber. Fangen wir mit, dass wir erstmal im Gebiet bleiben. Hallo? Erstmal mindestens 100 Metern Höhe verloren. Aber passt schon. Ich glaube, Raid Racing unterstützt Far Cry 6 nicht auf den Konsolen. Ich glaube nämlich nur, die haben sich darauf geeinigt, dass es nur 4K60 läuft. Glaub ich. Habe ich irgendwie mal gehört. Aber auch schon weiß ich nicht. Hey, ich klasse nicht auf den Boden. Okay, jetzt klasse ich auf den Boden. Schlau. Wollte ich aber hingucken, warum ich dann halt noch gefühlt, dass ich mir noch über den Boden schweben kann. Und er suche die Bio-Wiederanlage. Okay. 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 Wollte ich sie für ihre Tattoos und ihre verrückte Hautfarbe. Wir lieben ihre Visiten. Wir lieben ihre Visiten. Bis zum einen Tag, sie sagte uns, dass sie eine gute Nachfrage hat. Und sie sagte, dass sie in Yara verliehen. Das war die letzte Mal, dass wir Gabriela gesehen haben. Mein Nachbar dachte, dass er sie in der Bio-Wieder-Wieder gesehen hat. Das ist aber tot. Das war der Haare. Ich werde nicht die Augen hinweg. Ich werde nicht die Augen hinweg. Ich bin Angst, dass etwas zu viel passiert ist. Ihr schlankt tot dich. Ich habe einen Schlauch? Der Schlauch ist tot dich. Ich werde auf einen Engineering. Ich werde die Augen hinweg auf einen Engineering. Mein Schlauch? Ich werde ihn auf einen Engineering. Ich werde auf ihn auf dieuze. Deine Mutter ist Paradise, mit Eis, ich weiß aber schlecht. Und da muss noch einer stehen stehen, da stehen sogar zwei. muss mehr stehen Okay, unten kann ich nicht sehen. Ist das im fucking Ernst? Er kann es nur ahnen, wo er ist. Er ist nicht Astro Yara. Er ist nicht der Name der Riker-Tüter. Er muss nicht beendet werden. Meine Leute, die Fragen haben, um Fragen zu beantworten. Du bist mit uns oder gegen uns. Halt die Fresse, Bitch. Ich mache das, was ich will. Und du mir nicht sagen sollst. Ich will den Alarm. Du hörst es, von Whisper auf der Runde. Oderark! Hopp! Du siehst sie, von Sprayfate. Besonders... ... und für Bbrauch. Von Lunders. So-korrig. Legend der Cityer. Aber es ist jetzt Zeit, ein bisschen Sie theym wie sie wirklich sind. Traister. Dieben. Murdehör. Danni, wass up on the run there's some things you need to know about Yelena She's mad smart computer science major programmer people think she's just a power nut But when the shit goes down, she's a fighter. How did a programmer become a guerrilla leader? Guess you didn't see the video Before there was a La Moral Admiral Benitez executed our classmates Venga, they got that on video? No, the next day Soldados stepped to us at the funeral Yelena let us in the fight We took out like a hundred soldados That shit was on video One hundred soldados? Okay, maybe like fifty, fifteen Coño, I gotta go Just pull the soldado near our country and his pants down Literally, he's pissing and he doesn't see me I'll call you back 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 It is not your duty to think for a white man That's why I didn't see you That's why I didn't see you That's why I didn't see you That's the officer in charge Oh my god Sir, I'll call you back Every day on the island There's something under the water What the fuck is in the lake? What the fuck is in the lake? I need to think I'm going to be sick I need to think I'm going to be sick Castillo, you fucking monster I need more pigs I need more pigs I need more pigs Those look like cages Aber ... oder was? These people are sick. Really sick. What the fuck are they doing to these poor people? I need more pigs. Engineer. The water surrounding Yara have always been under siege. But now they are disgraced by cowards. Cowards who would have killed the country. The president that gave them everything in for one. My fleet preserved this country. No one who abandoned Yara is permitted to survive. Previve. My fleet reminds you that Yara is where only two people have come. Oh, shit. What's going on here? So, we're coming here now. I've got a bad feeling about this place. Lights on. Wonder if anybody is home. Ones came from in there. If you or not. We should be able to convince Lorenzo. All this bullshit about treating cancer. We should be enough to convince Lorenzo. Da ist ne Base, so. Gehen wir da noch einmal kurz hoch. Wir waren nur Kinder, El Tigre. Lorenzo. Ich habe Bilder von dem Platz Honrán zu sprechen. Ich habe Bilder von der Seite. Sie sind frei von dir. Das ist was Libertad und La Moral. Sie können uns verraten, aber wir machen etwas über das. Keiner ist das, Lorenzo. Das ist passiert all über Yara. Du kannst es einfach nicht sehen, von so hoch auf diese Mountain. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich wählte nicht für Castillo. Die Krieg ist vorbei. Also das war ein Wast. Das ist gut. Ich sollte es trinken. So, geht gleich weiter. Ach so. Ach so. Oh, 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 oh. What have I become? Come here. When I was your age, I lived every moment like it was my last. Your kindness is the sun in the twilight of my life. You just signed on? I just looked at the sun in the twilight of my life. Oh, das ist irgendwelchen. Nein. Nein. Okay, ich komme nämlich rauf. Hallo. Oh, das ist ein Schmerz. Ich habe ein Letter von Lorenzo für euch. Ihr kam zu töten, ich bin ein Guerrilla. Miguelina? Wer bist du? Ich bin ein Freund von Lorenzo. Du bist eine von ihren Kindern? Nein, ich habe eine Letter von ihm. Eine Letter? Warum hast du nur so gesagt? Ich habe es drei Mal. Lorenzo? Entschuldigung? Für mich? Mein Herz. Ich kann es wieder fühlen. Ich bin ein Krapier. Vielleicht nicht der Lass. Aber es ist kein Lass. Große Feste. Du hast mich! Ich bin ein Waltz und ein Kiepscher. Ich bin ein von unsere Leute. Ich bin ein Kiepscher. Ich bin ein Kiepscher. Wir haben hier. Ich bin ein Kiepscher. Die Welt wird gar то, die GmbHaus. Ich bin ein Kiepscher. Ich habe mir jetzt einen Kiepscher zurück. Ich muss mal drei Kinder finden. Und da das gleiche machen. Ich muss nicht die schütteln. Ich muss nicht die schütteln. Ich muss nicht die schütteln. Lass die Wind euch auf dieser Reise beschreiben, um die Herzen zu verhindern. Ich bin von Esperanza. die stadt der liebe da die stadt der liebe dann geht aber auf bilder und die das sind viele kinder hat er so viele 1 2 3 4 5 6 7 die sind auch relativ komplett gleich auf einer map geht weiter gucken ob ich die hier reinkriege es war genau genau auf der rechten seite also hier auf dem web sind nämlich nur zwei und hier sind fünf die sind aber auch relativ ich sag mal so nah beieinander so wie sehen wir sind ja hier hier ist der ding genau denn ist relativ eigentlich kann man es heraus erkennen eigentlich immer hier so bei den schätzen da wäre zum beispiel einer und der nächste wäre dann glaube ich da hinten aber wir gehen erstmal zu dem da welcher reinfall wieder nimmt das ist egal aber ich könnte euch empfinden geht da auf google und guck danach ja Was ist Lorenzo? Der ist da oben eingesperrt. Junge, Lara, nicht so viel rum, du Stück Scheiße, meine Fresse, Alter. Zu meiner Zeit muss nur noch zwei Wochen werden, muss ich immer wieder weg. Digga, wie interessiert. Digga, jetzt läuft gar nichts mehr. Digga. Ich kann nicht über einen Fenster fragen. Toma, Hilfe! Quick, entleggs ich! Ich habe ein Button für Sie, Thiago. Das ist aus Lorenzo Canseco. Mein Vater, vous savez, er ist all das zu blähen? Er ist der, der mir eine Prädisposition für zu viele Fähler gibt. Ich will, monogamistisch sein, aber ich kann es nicht. So, der ist weg, der andere ist hier oben. Nehmen wir auch wieder die Reise, das schaffe ich aber nicht alles, also ich müsste gleich eine neue Aufnahme starten, um alle reinzukriegen. Oh, der Typ mit dem Friedhof. Oh, der Typ mit dem Friedhof ist. Oh, der Typ mit dem Friedhof ist. Oh, der Typ mit dem Friedhof ist. Ich habe ein Buch von deinem Vater, Lorenzo Canseco. Oh? Er hat nie gesagt, dass mein Vater zu sein. Er war zu schmerzen, also wir in den Mountains, schmerzen du dich. See any parallels hier, Felipe? Du brauchst ein Diagramm? Ich weiß nicht, was du sprachst. Ich bin nicht Angst vor allem. Ich werde gehen. Spooky! Finger! Ich bin weg! Ich bin weg! Weitere. Jetzt sind wir noch alle Fälle weiter. Untertitelung des ZDF, 2020